so hallo und herzlich willkommen zu der fünften folge von suns of the forest heute wir gehen zu der kreis der grün auf die karte mini da er geht da lang weil es sich besser läuft oder was er sagte letzte folge wenn ihr verpasst habt müsst ihr unbedingt gucken haben gegen den hai gekämpft und gewonnen also wirklich gekämpft haben wir nicht beide zweimal eingeschossen habe ich ja schon was erwähnt also wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt was letzte folge passiert das macht jetzt pause und guckt sie an ja da haben wir das kleine raft und einen unserer kollegen gefunden ein unserer kollegen gefunden wo das nicht mehr gut kann man das nicht aufessen ja aber der kollege hatte noch eine waffe an bord komischerweise hatten wir keine waffe nach dem absturz vielleicht sind wir auch bloß aushilfe oder praktikant da gewesen wo was haben wir denn hier noch was ist denn da für ein grüner punkt ein kleines stück noch da ist gerade hier oder wird ach nee ich war doch das da waren wir doch schon drin sollen wir noch mal gucken gehen sonst gehe ich noch mal rein noch mal gucken oder hat er das allgemein jetzt immer markiert kein empfang okay das riesenfeuerzeug genau hier hatten wir doch schon alles rausgeholt oder nicht heile blabli blub bogen konnten wir nicht machen vielleicht schon eine maske und eine ente haken spitzen oder was genau die tech die leitech nicht material im moment eine sache habe ich vergessen zu machen vorher grafiks nicht wo sind sprache da deutsch danke irgendwie habe ich das letzte folge im shortcut umgestellt ist trotzdem viele tech mit schlitten genau weile da aber hier ist noch nicht weiter da kann ich auch schon mal mitnehmen habe ich noch nicht mitgenommen letztens weiß nicht warum ja speichern wir gleich mal wenn wir schon mal hier sind warum haben wir das denn nicht mitgenommen letztens oder können wir hier immer wieder was mitnehmen ist ja cool was so drucker ding ist da collected drucker ding haben wir jetzt genug oder was ein druckerzeug eine maske 150 druckerzeug komm nimm eine maske mit zurücklehnen und warten machen wir uns halt die maske warum auch nicht finden bestimmt später noch mehr rezepte dass wir mehr drucken können oder oder wie wird es laufen ich weiß es nicht danke haben wir die maske dann gleich aufgesetzt nee anscheinend nicht ausrüsten können wir die bluse anhalten oder wird wir halten sie nur in der hand ist das das ach komm wir wollen mich doch ärgern oder was was haben wir denn hier noch was wir nicht brauchen mach mal hier ja mach mal einfach das war ja eine miese nummer gerade so damit haben wir die erste tech matte ich komme weg dort und gucken mal wo war das hingelegt hier unten zack tech rüstung haben wir alles da außer dem bauplan oder was wahrscheinlich aber wir können uns trotzdem schon mal ein bisschen mehr tech rüstung machen wenn wir schon mal hier sind und wir haben das haben wir und machen wir weiter irgendwo was ist das hier oh ist sogar eine kiste ist ja geil ach so eine dinge brauchen wir dafür die habe ich letztes mal gar nicht gesehen huch mehr ist nicht drin bloß das eine und der okay gut machen wir gleich noch eine muss ich auch mal ein bisschen genauer umgucken ich stecke das gut ist das dunkel hier drin alter fatti tut mir auch ein bisschen leid nur ein bisschen na gut mach mal mehr i9 neue Anleitung verfügbar Wandbuch ist das hier die Anleitung oder was ja ist alle ach nee neue Anleitung bestimmt da drin ne ja ähm hier ist nix mehr das ist ja jetzt nervig sprechen wir trotzdem das nervige ab so könnte ich jetzt machen oder was oder wie oder wo jetzt so hier brauchen wir einen davon eins oder zwei weiß ich nicht mehr eins zwei drei schmeißen wir einfach mal rein was machen wir schon machen Quadrägen habe ich noch gar nicht drin Warte mal ein Draht kann ich wieder rausnehmen war einer zu viel Batterien und so eine Festplatte Batterien und eine Festplatte kombinieren okay tragen cool wir haben unser erstes Rüstungsteil und das Piepen geht mir tierisch auf den Sack ach da ist die Waffe drin jetzt und was ist das hier GPS Peilsender okay was ist das denn ein GPS Gerät dass man die bloß so ausrüsten kann ist das dunkel hier da ging es nochmal weiter war da auch eine Kiste oder sowas ich habe nichts gemacht nein definitiv nicht die Ruhe ist wieder da ach hier kann man öfter mal reingehen das respawnt wieder alles oder was ja gut vorher im Raum ist ja auch schon alles respawnt ne schöne Musik haben sie da so dann würde ich sagen weil ich speichern so mag speichern wir nochmal ganz schnell ab da drin und gucken wir draußen weiter so ich bin erschrocken ich bin gegen so einen blöden Sack gegengelaufen so so jetzt gucken wir ist das dunkel oder hell draußen also drinnen ist es dunkel das habe ich mitbekommen müsste aber bald dunkel werden oder nicht ja dann gehen wir schnell nochmal schlafen können wir ja hier machen hey lab das lassen wir draußen ich verlaufe mich hier gerade da lang Gott bip 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 Ja, ich bin durstig. Ach so, hat er geschlafen, dann hat er ja immer nichts mehr. Mal gucken, schnell bevor der letzte auch verrottet ist hier. Rottenfisch, natürlich doch. Gut, dann... Dann hatten wir hier vorne nicht auch noch irgendwo ein Feuer gemacht? Ein Shelter? Ja, mein Freund. Ein Shelter haben wir hier. Feuer hatten wir nicht hier. Okay. Machen wir uns schnell eins. Ausrüsten. Äh, ja. Ne, ich würde trotzdem auch gleich noch, wenn wir immer mal unterwegs sind und auch hier sind, dann wäre es doch ganz gut, wenn wir hier auch ein vernünftiges Feuer haben, was länger liegen bleibt. Ein Stein brauchen wir noch. Äh, dort. Äh, Stein wieder ausrüsten. Zack. 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 So, den gekochten Fisch schmeißen wir nochmal rauf. Also den Rottenfisch. War doch gerade gerottet, ne? Dann irgendwann können wir ihn wieder runternehmen. Dann hoffentlich wieder essen, ne? Caleb? Nee, das klappt immer noch nicht. Nee, das klappt nicht. Mist. Ich will kein verrauteten essen. Allen lassen. Weg damit. Caleb, wir brauchen Fisch. 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 Und mir geben. Ist gut darin. Ah, gut. Das wollte ich hören. Hahaha. Ja, guck. Links, rechts, links, rechts. Haben wir schon genug, ne? Bist du denn? Ja, na klar, kommt ihr wieder angekrochen. Ja, ich seh's. Wo ist denn diese Richtung? Fluss aufwärts. Komm, Caleb. Geh in den Fluss aufwärts. Geh weg, Mensch. Weil er mag dich. Geh weg. So. Vielleicht hier auch eine Hand nehmen, irgendwo, und dann so nebenbei essen? Weiß ich nicht. Okay. Boah. Das ist ja näfig. Dann müssen wir durch. Energieriegel. Nö. Notfall. Wir können ja auch erstmal, wir haben ja noch genug Ration hier. So, genau. Und weiter geht's. Zum nächsten Ausrufezeichen. Mal gucken, ob wir das heute erreichen können. Ist ganz schön weit weg. Ah, da oben offenbart sich auch schon ein neuer, grüner Kreis. Oh. Oh, hier ist aber auch eine schöne Fläche. Kannst du auch, wenn du hier ran baust. Eine Grabstätte, okay. Sehr einladend. Kannst du auch hier ran bauen. Von da können sie nicht kommen. Nur von dort können sie angreifen. Das ist natürlich auch toll. Ich kann nicht buddeln. Bäh, bäh, bäh. Wo ist bäh, bäh, bäh? Bin eine Schippe dabei? Nee. Ich hab noch keine, ne? Leider nein. Leider nein. Bäh, bäh, bäh. Schade, schade. Ich hätte die Gän schon ausgebuddelt. Aber na gut. Da können sie noch ein bisschen ruhen. Und wo kommt denn das von hier? Moin Stein. Grüß dich Stein. Ist ja oben ein bisschen... Wir schon mehr bewachsen. Kann das sein? Oder kommt mir das bloß so vor gerade? Ein Reh. Hallo, Reh. Habe ich eigentlich in einer der letzten Folgen unseres Tripperinnen geschlagen? Nee, ne? Weil die habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Jetzt wird's laut. Wir gehen mal trotzdem hier am Fluss entlang. Obwohl. Dann gehen wir einen kleinen Umweg, ne? Hüäh. Da war ein kleiner Leck. Okay. Kommt vor. Entschuldigung. Boah, ich dachte gerade, der Baumstamm hier hockt wie der Sonne. Komischer Typ. Da ist ja ein Hubschrauber abgebildet, wenn man jetzt so unten drauf guckt auf die Höhle. Ach, das ist die Absturzstelle wahrscheinlich, ne? Bin da gleich bei dir. Hier liegen bestimmt nur noch seine Klamotten und er wurde verschleppt. Oh, Bären. Oh, Schnaps. Das ist ja näflich hier. Danke. Seil. Geil. Knaps. Geil. Oh, er rutscht schon unter. Dafür habe ich den Haken noch nicht, glaube ich, ne? Aber wir können mal kurz gucken im Inventar. Oh ja, halt die Klappe. Genau, weil wir das Seil haben, können wir jetzt die Keule machen, Bogen machen, Knochenrüstung, Reparaturwerkzeug. Ja, wir wissen's. Ah. Das können wir auch machen. Okay. Ich möchte ein Grün. Was ist mit Grün? Sieht komisch aus. So, aber wir bauen uns davon noch nichts. Wir brauchen aber einen Enterhaken oder sowas. Oder Seilrutsche, besser gesagt. Und dafür brauchen wir zwei Seile, glaube ich. Gucken wir mal, ob wir so hier runterkommen. So Stück für Stück. Ist aber laut hier. Boah, alter, wie laut. Hallo. Obwohl, Essen. Keine Ausdauer mehr. Ja, dann läuft. Oh. Ungünstig. Vielleicht konnte ich ihn auch von... Kann ich ihn hochziehen? Nee, ne? Wenn das Ausrufezeichen ist, ist noch da. Irgendwas muss ich da noch machen. Oder ich kann ihn loshacken. Ist da der Weg ein bisschen kürzer? Ich würde mir aber... Oh, nee, komm, geh weg. Nee, jetzt nicht. Ach, du bist auch wieder da. Moin. Das baue ich mir oben. Bin da so eingeschränkt, wenn ich da eine Klippe baue. Baue mir hier gleich noch ein Shelter. Natürlich. Wir bauen uns jetzt ein Shelter. Hacken, 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 hacken. Timber. War auch wieder laut, ja, schön. Huch, nee. Shelterie gebauen wir hier hin. Ähm. Oh, die hätte ich auch wegfeuert. Kuppel. Geh weg. du hast kein bock auf die leute oder wird er sich auch keine platte macht steht abholt in seinen ohren gespeichert so dann können wir jetzt mal den balken fallen lassen irgendwie über das weiß ich nicht mehr das ist mein schalter so gut gucken wir mal unten können wir runterspringen ja geht was hat er noch bei gehabt schnapps zwei flaschen wodka taschenlampe nicht mehr diese scheißkleine funzeln stein hat er dabei gehabt stein gps-peilsender du hast keinen namen auch keine von denen die saßen im helikopter als so im anderen helikopter wahrscheinlich da sind die no names drin wahrscheinlich taschenlampe kann erstmal weg seid ihr schon wieder da ja gott ein so dann haben wir hier auch alles dann haben wir hier auch wo dann würde ich sagen halt die fresse wie das wollte ich nicht sagen würde ich sagen wir speichern einmal wieder weiß nicht warum ich so oft speichern ich mag speichern und dann gucken wir in der nächsten folge dass wir warte mal von wo kommen wir und wo kommen wir nie das schnee das oben da sind die berge glaube ich richtung süden kommen wir her also hier jetzt was jetzt süden wäre also wenn wir jetzt nach unten gehen da kommen wir her entspann dich doch und wir gehen dahin da zu dem grünen gehen wir in der nächsten folge und dann gucken wir weiter vielleicht auch noch zum ausrufe zeichnen oder liegt da irgendwie auf dem weg das und zwei der grüne gut bis dahin tschau leute tschau leute tschau leute